Hi Ladies! Hanna hat mich schon fast panisch angeschrieben, ob ich hier ein Trauzeugen-Outfit kreieren kann. Und wie ihr seht, habe ich diesen Wunsch erfüllt. Doch zuvor noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und dir zu gehörigen Deals und Sales, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video finde ich auch nochmal alle Details zu den Sales, damit ihr nichts verpasst. Hanna wurde relativ kurzfristig gebeten, Trauzeugin zu sein und hat jetzt die Herausforderung, ein Kleid zu finden, was zu ihr passt, sie im Mittelpunkt stehen lässt, aber der Braut die Show nicht stehlt. Und nach etwas Recherche habe ich ein Kleid für Hanna gefunden, was sich sehen lassen kann. Denn dieses Kleid von Orsay kommt in zarten Pastelltonen daher, zwischen Turkis und Blau und ist somit perfekt geeignet für ein Trauzeugen-Kleid. Denn mit diesen Pastelltönen stehlt man quasi der Braut nicht die Show und steht trotzdem noch im Mittelpunkt und ist ein Blickfang. Aber dieses Kleid hat noch mehr zu bieten, denn wie ihr seht, ist es schön telliert geschnitten, es formt eine wunderschöne Taille. Der Rock ist relativ kurz gehalten und in Falten, damit er wunderschön fällt. Und in der Taille nochmal extra ist ein schönes Zertangband, was quasi ein bisschen kräftigeren Ton hat und glänzt und somit die Taille nochmal richtig schön herausholt. Und die Schleife könnt ihr euch binden, wie ihr wollt. Ihr kennt es von den Dirndln in der Mitte, links und rechts, hat alles was anderes zu sagen. Das ist aber ein anderes Thema. Und damit, mit diesem wunderschönen Kleid, hat Hanna oder vielleicht ihr ein Trauzeugen-Kleid für Standesamt und Co., was sich sehen lassen kann. Aber das Ganze machen wir jetzt noch komplett, denn ich habe ein paar wunderschöne, passenden Accessoires dazu gefunden, die das Ganze wirklich zu einem Highlight machen. Denn zu diesem Kleid passt am besten ein paar Slingpumps wie diese hier. Denn erst mal im gleichen Farbton und sie sind mega bequem. Und gerade jetzt im Sommer, wo es doch sehr warm sein kann, ist so ein Slingpump perfekt geeignet. Dann schwitzt man sich so schnell und gerade bei einer Hochzeit, wo ja wirklich die Nächte zum Tag gemacht werden, muss er verquem sein. Deswegen must have. Und ihr bekommt dadurch noch einen wunderschönen Fuß. Und mal ganz abgesehen, dass eure Beine bei diesem kurzen Kleid wirklich ewig lang werden. Und das Ganze trumpft mir jetzt nochmal. Denn was braucht ihr als Trauzeugin? Eine Handtasche wie diese hier, wo genug reinpasst. Denn ihr müsst für die Braut ja relativ viel mitführen, dass ihr quasi der Retter in der Not seid von kleinen Pflastern, Deo und so weiter und so fort. Ich denke mal, ihr seid da gut vorbereitet. Und mit dieser Handtasche seid ihr das, weil es passt jede Menge rein. Gute Aufteilung drinne und der Farbton nochmal als Kontrast zu diesem Kleid. Perfekt. Und damit habt ihr schon mal ein Outfit, wo ihr wirklich euch wohlfühlen würdet und die Hochzeit zu einem kompletten Highlight werden lassen. Aber ich habe noch was ganz Spezielles gefunden. Denn was nicht fehlen darf, ist der Schmuck. Und zu diesem Kleid habe ich hier eine wunderschöne Halskette gefunden. Mit sehr, sehr vielen Steinchen und Verzierungen dran. Man wird jetzt im ersten Moment denken, okay, diese Kette ist relativ pompös und dick und fett und so weiter und so fort. Aber nein, schaut mal genau hin. Denn die Kette kann man in der Länge einstellen. Und somit, wenn ihr das zu diesem Kleid tragt oder so einem ähnlichen Kleid, wirkt das wie ein Kragen. Und es ist ja quasi kein normaler Kragen, sondern ein Kragen aus Schmuck. Und es ist quasi ein wunderschönes Dicote, was dadurch gebildet wird. Und das Ganze nochmal dieses E-Pünktchen aussetzt. Schaut es euch einfach mal genauer an, klickt drauf und werdet überrascht, wie wunderschön dieses Outfit im Endeffekt wirklich an euch aussehen wird. Und wenn ihr wie Hannah so ein wunderschönes Outfit auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir jetzt unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, wie ihr aussieht. Und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein wunderschönes Outfit online stellen, was genau auf euch zugeschnitten ist. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach abonnieren, und verpasst in Zukunft kein so ein wunderschönes Outfit mehr und die dazugehörigen Deals und Sales. Ist das ein Deal?